Eine habgierige Bande terrorisiert die Bewohner einer ganzen Landschaft. Ihr Anführer ist ein rücksichtsloser Draufgänger, der vor keiner Gewalttat zurückschreckt. Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Dreck. Wenn du mit mir anbinden willst, brauchst du es nur zu sagen. Oklahoma John greift ein. Ein Streiter für Recht und Ordnung. Bevor er nach Rio Rojo kam, hatte er in Arizona vier Männer erschossen. Willst du damit sagen, der ist ein richtiger? Sergeant bei der Kavalerie und Ordnanz von General Caster. Einer der letzten Überlebenden des Massakers, durch das das 7. Kavalerie-Regiment aufgerieben wurde. Sonst was sonst? Sonst muss ich entweder das Gefängnis oder den Friedhof vergrößern lassen. Und das tu ich nicht gern. Auf Wiedersehen, Edwards. Und wahrscheinlich haben sie auch Ken Hawke getötet. Damit er nichts erzählen kann, aber jetzt sind sie da. Georgina! Komm, gib mir die Pistole. Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Was fällt Ihnen ein? Das wird Ihnen noch leid tun. Geben Sie mir die Pistole zurück. Oklahoma John. Ein dramatischer Abenteuerfilm aus den goldenen Jahren des Wilden Westens. Bitte sehen Sie sich das an. Ich weiß nur, dass in den Ausschnitten alles über Ihnen drin steht. Dies hier muss der Ausschnitt aus Wichita sein. In Wichita hat er seinerzeit Fred Edison gestellt, der 16 Menschen auf dem Gewissen hatte. Wolltest du berühmt werden, oder was? Ja. Ich wollte selbst etwas leisten. Ich wollte endlich einmal ich selbst sein. Einmal etwas anderes als immer nur dein Sohn. Ich habe Freunde, weil ich dein Sohn bin. Sieg des Guten oder Triumph des Bösen? Oklahoma John. Ein verzweifelter Kampf zwischen Männern, die nichts zu verlieren haben. Das ist noch nicht raus. Warte, vielleicht komme ich von hinten an ihn ran. Bleibt ja, wo ihr seid. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Es war Jim. Oklahoma John. Ein Mann, den Sie nie vergessen werden. Oklahoma John. Ein Western, wie Sie ihn sich wünschten. Hey Ihr der Koreし低 Elon ne 5 οι 6 5 6 ás